Hallo euch meine Damen und Herren, willkommen zu The Higher-Lower-Game für CSGO. Hier kann man irgendwas machen und ich weiß nicht was, denn das habe ich ganz frisch von euch empfohlen. Bekommt wieder von Drunken Noob. Kuss geht raus an dich, Monsieur Drunkino. Ich puck einfach mal, was man jetzt hier macht. Oh mein Gott, was? Was? Ich muss jetzt tatsächlich die Preise benudeln? Okay. Ich habe kurz überlegt oder kurz gedacht, vielleicht ist es so eine Ranksache. Aber Rankle haben wir ja schon, von daher wäre das ja eigentlich Quatsch. Ich muss jetzt gucken, was teurer ist. Also das Ding hier kostet 30 Henning. Ja, ganz klar. Siegbärd ist logischerweise teurer. Ich habe einen Punkt. Okay, okay, okay. Warte mal. Warte mal. Facecam ist kacke. Guck mal, ich gehe hier hoch. Das erste war so ein anderer Sticker halt. Nicht Siegbärd. So ein schwaches Ding. Achtung. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Sticker nicht so teuer ist, wie dieses Kneif. Oh mein Gott, und da fängt es schon an. Gut Case haben, jetzt Deathrack wird auch krasser sein. Yes, man. Oh Gott. Grimbo Gold, hundertprozentig lower. Das ist doch nie im Leben an die 1000 Euro wert, das Ding. Nie im Level. Alter, ich bin richtig gut, Leute. Ich sollte eigentlich hier so ein... Ne? Hier, man sagt, der die Preise erstellt. Sento. Ich wollte lower drücken. Ich will... Äh, ja, ich habe mich verklickt. Also ich... Natürlich ist mir klar, dass das Ding... Keine Ahnung. Soll ich mal ein Euro wert? Das kann gar nichts. Scheiße. Oh, jetzt kommt direkt sowas. Deathrack. Die ist lower. Merkst du was? Merkst du was? Die ist higher. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Oh. Die Retro-Butschen. Ich glaube, die ist ganz knapp dran. Aber lower. Gut, war überhaupt nicht knapp dran. Äh, Pyjamas 2016. Ich kenne mich da ultra, ultra, ultra wenig aus. Noch weniger, äh, als mit den Skins. Aber jetzt, äh, ja, keine Ahnung. Das ist halt schon alt. Also wahrscheinlich mehr? Problem. Die ist aber auch mehr als der Sticker. Leute, ich bin ziemlicher Macher. Die nach vorne gebückte Biene, die uns den Arsch zeigt. In Foil von 2019. Ist das Ding mehr wert? Äh, nee, ich glaube nicht. Oh, gewesen. Boah, das ist so ein Skin, den sieht man nie. Der könnte sauviel wert sein oder auch überhaupt nichts. Panther-Karmol. Ist wahrscheinlich sehr schwarz. Bestimmt sehr beliebt. Souvenir, bestimmt... Ah! Verpasst du es nicht? Oh, fuck! Okay, ja. Schnitt, Sand, Schnitt. Ein dritter Versuch. Also den kann ich mir schon... Ich habe nicht geguckt, wie weit ich war. Ähm, dieses Video wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Sanse schneiden. Und ich denke, Sanse hebt jetzt gerade hervor, dass ich total weit war. Entweder steht da die echte Zahl unter dem Pimmel oder sowas. Die Aux-Hütten-Meat-Farmer's-Prime-Kunsch-Barazzi. Lower, kann ich fortschmeißen. Oh, fuck. Ich muss nochmal gucken. Get-Free-Skins? Das ist auch direkt Werbung oder was? Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da draufklicken sollte. So. Wir machen jetzt nochmal for real, Leute. For real. For real. Ich gehe mindestens auf 10. Die ist höher. So. Natürlich höher. So. Die Module ist nicht so krass. Boom. Jetzt kommt denn wieder sowas. Was soll ich denn... Ja, bestimmt höher. Was soll ich mit sowas anfangen? Als wenn ich wüsste, was so ein Souvenir-Package da aus Atlanta wert ist. Ich meine, dass das Bock ziemlich teuer ist, aber nicht. Lower. So, 9 Cent. Die ist wiederum mehr. Ja, wir sind schon bei 6. Ach, Gottes Willen. Eine StatTrak P2000 versus eine normale Glocke ohne StatTrak Clear Polymer. Ich habe die letztens im Inventar gesehen. Ich meine, dass die noch nicht mal einen Euro wert ist. Jetzt weiß ich aber nicht, wo die hier lag. Ich glaube... Oh, Gott. Sie liegt drunter. Ja, Mann. Ja? Komm schon. Bambusel. Lower. Du musst aber ein bisschen aufpassen. Also, manchmal ist man dann verwirrt. Und denkt sich dann, na klar ist die... Und dann drückt man irgendeinen Scheiß. Also, Obacht. Die Ancient Lore. Ja, super. Bestimmt. Bestimmt Lower. Oh, ich war bei 9. Ich war bei 9. Ich muss nochmal rein. Ein letztes Mal. Einmal ist keinmal. So, reinmachen. Na, na. Bestimmt. So. Jetzt keinen Scheiß machen. Tornado. Ist auch wieder so ein Ding, das sauviel wert sein könnte. Boah. Banana Cannon kann schon auch was. Ist ein paar Euro wert, aber in Battlegaben... Ich seh ja... Ich sag, hör. Ah, ich muss noch rein. Einmal. Ein letztes Mal. Letzte Runde. Letzte Runde. Neues Glück. Sag man ja immer so schön. Super. Und es kommt direkt so eine Scheiße. Komm, bitte. Oh, ho, ho, ja. Okay. Eine Blutspucht. Lower. Oh, ich mache doch sehr komische Geräusche. Ich muss kurz in mich gehen und überlegen, ob ich noch eine letzte Runde mache, okay? Eine kann man auch machen. Aber dann ist wirklich, äh, Tuck. Tuckelt die Tuck. Außer... Außer ich bleibe jetzt unter drei. Dann mache ich nochmal. Aber wenn ich über drei komme, ist es die letzte Runde. Boah, boom. Oh, ja. Oh, mein Gott. Das ist doch scheiße. Das ist trotzdem ein Euro wert. Gottes Willen. Weh. Warum ist die denn 1,76 wert? Naja, komm, wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Das war sehr, sehr nice. Viel, vielen Dank nochmal an Drunken für diesen Vorschlag. Ihr könnt ihr gerne selbst auch rein daddeln. Der, ähm, Link dazu, der wird in der Beschreibung drin sein, zu diesem Spiel. Und da könnt ihr ja sagen, was ihr für einen Score erreicht habt. Ich glaube, ich hatte vorhin was zweistelliges. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Komm. Ein letztes Mal mal wieder. Oh, mein Gott. Daran verkrank ich schon. Ich bin einfach ruhig. Ach, war. Ist ja weniger, ne? Gut. Ja, das war's. Gut. Okay. Vielen Dank, was du zusehen. Leila. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. Weißt du. Was. Was. Wes.